Alrighty, dann fangen wir mal los. Here we go right now. Herzlich willkommen, herzlich willkommen an Bord. Servus, Servus, Servus. Grüezi und hallo. Dann fangen wir jetzt erstmal ganz gemütlich an. Erstmal mit dem 40 Meter Fall. Erstmal geht's rauf auf 40 Meter. Und falls jetzt irgendjemand Angst bekommen haben sollte, ist mir egal, egal, 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 ist mir egal, da war noch mal voll der rauf auf 40 Meter, let's the show beginn los. Vielleicht können wir von oben reingucken. Rechts sehen wir mein Haus. Ganz cool, mein Haus. Ja, Leute. Voll geiler Ausblick. Komm vielleicht nochmal zum Video zurück. Für Städtebäume. Wir starten die Weltreise da oben. Ich will gar nicht mehr. Ey, voll cool, das ist jetzt die ganze Zeit. Oh Gott, ich hab auch so die Schreie. Oh Gott, ich hab auch so die Schreie. Und da, ich hab auch isso. Dieola ist ganz toll, ich hab auch so was. Nichts, was Eurohör. Hey, joining Te upon Die soi, ich hab auch so aus. Euch kannuar doch noch in die es wie weit gestogen werden... 樂ig. Ich hab auchizzyrohör. Da würde ich sagen, Freunde, jetzt sind wir schnappler, jetzt sind wir bereit für den ganzen Fall aus 40 Mietern. Da oben bitte mit der Linken an den Sicherheitsbügel festhalten und mit der Linken an den Organspenderausweis bereithalten. Ja, 40 Meter war jetzt noch nicht so schlimm, nee, komm, so schlimm war es jetzt noch nicht, nee, jetzt komm, müsst ihr nicht übertreiben, ne? Aber jetzt wird es schlimm, denn jetzt geht es ganz nach oben, Ring frei für Runde 2, here we go again, let's do it! Let's get ready to roll! Jetzt geht's rauf auf 85 Meter, Freunde, der Sonne entgegen den 7. Himmel, I will take you to the top, hey Macarena, und los! you you Untertitelung des ZDF, 2020 Man kann tatsächlich reingucken Da wohne ich Voll geil Das ist die Tür Das ist die Tür Genau der Kalkberg Das ist die Tür 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 Das ist die Tür